Korrektur 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 Ich habe im Internet gesehen Die Schmelzpunkte von den neuen Metallen zwischen Indium und Gallium hat anderes und die Schmelzpunkte von diesem neuen Metall ist ZBK0 und 20 Grad Ich habe dieses Metall in der Kühlschrank und jetzt ist es Metall Das ist die Korrektur und ich muss warten 5 Minuten vielleicht es ist Flüssigkeit Später Ok, 10 Minuten später die Legierung es ist Flüssigkeit noch einmal Ich habe die Raumtemperatur Informationen 22 Grad und wir müssen erinnern die Schmelzpunkte von Gallium ist 20 Grad 15 Grad Indium 157 Grad und jetzt mit 22 Grad die Legierung ist Flüssigkeit Ich habe Informationen gesucht noch einmal und ich habe gefunden diese Legierung zwischen Gallium und Indium hat einen Schmelzpunkt als 10 15 Grad So miteinander Danke für euch Hilfe Tschüss und bis zum nächsten Mal